Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Gesundheitsfernsehen. Ich habe heute den Biochemiker Matthias Birnstiel bei uns und wir sprechen mal über Salvestrole. Ein ganz, ganz wichtiges Schutzmittel, was wir in Obst und Gemüse drin haben und wofür wir es nutzen können, unsere Zellen zu schützen. Das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, lieber Matthias. Schön, dass du da bist. Und, dass wir heute mal über Salvestrole sprechen. Also Reservatrol ist mehr so ein Begriff, aber was verbirgt sich hinter dem Wort Salvestrole? Salvestrole, das ist ein Oberbegriff. Da gehören viele Fütonährstoffe dazu, etwa 20 oder noch ein bisschen mehr. Und einfach die Entscheidung ist die Kombination dieser Fütonährstoffe. Einer allein reicht nie das, was das Cocktail, wie man so sagt, bewirkt. Und Salvestrole ist ein pflanzliches Produkt. Die Pflanze muss ja auch ein Anführungszeichen, ein Immunsystem haben. Und die schützen sich gegen Umweltprobleme, gegen Pestizide, gegen Fungizide und andere Sachen. Und weil eben die Böden ausgelaugt sind und von der Landwirtschaft her die Böden kaputt gemacht werden, diese Umweltgifte eingesetzt werden, produzieren die Pflanzen selber keine Salvestrole mehr. Das heißt, die Menge, die in dem Flamm wird immer geringer, geringer, geringer. Und wir bekommen auch weniger ab. Und bei uns Menschen weiß man, dass Salvestrole ein enorm guter Schutzfaktor ist gegen Tumorzellen. Denn Salvestrole, der Zielort dieser Salvestrole ist vor allem in den sogenannten Tumorzellen, oder? In Präkanzrogen und Kanzrogenen Zellen, oder? Und was macht diese Salvestrole dort? Sie gehen in die Zelle hinein und treffen dort auf ein Enzym, das nur in Krebszellen vorkommt. Hat einen wissenschaftlichen Namen. Ich möchte nicht, hat eine Abkürzung CYPB1B. Verbindet sich zusammen und durch diese Verbindung kommt es zu einer Reaktion von diesem Enzym und der Salvestrole. Und es entsteht ein sogenannter Metabolit und der ist hochtoxisch gegenüber den Krebszellen, oder? Das heißt, die Krebszelle wird dadurch abgetötet in Form einer sogenannten Apoptose. Apoptose ist ein Niedergang der Zelle ohne Folgen, ohne Entzündungsmechanismen, und so weiter, und so weiter, oder? Und da gibt es wissenschaftliche Studien, vor allem zwei britische Professoren haben sich mit dem Problem auseinandergesetzt, oder? Dass Salvestrole, also ein wirksamer Mittel gegen Krebs oder als Vorsorge gegen Krebs, alle Arten Krebs eben eingesetzt werden könnte, oder? Und eben vor 100 Jahren sind die Salvestrole in unseren Nahrungsmitteln auch genügend vorhanden gewesen. Und man weiss heute, dass über 60 Prozent der Bevölkerung in Deutschland und in Schweden, ich sage es einfach, katastrophal ernähren, oder? Nicht ausgewogen, das führt zu einem akuten Mikronährstoffmangel, und so weiter, und so weiter. Und natürlich eine Basis ist für viele, viele, viele Krankheiten, inklusive Tumorik. Krebserkrankungen nehmen ja massiv zu in der Schweiz, leider, 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 oder? Und ich verstehe einfach nicht, dass man einfach nur auf Stufe Medikamente etwas macht, und nie etwas für Prävention zum Beispiel den Leuten eben sagen könnte, esst wieder einmal anständig und gesund. Es wäre ja eigentlich so einfach, wenn wir auch wieder natürliche, ich habe jetzt ein bisschen recherchiert davor, und da habe ich wirklich gesehen, diese Bioäpfel, mit diesen braunen Flecken, dass da eigentlich die meisten Salvestrole drin sind, weil die sich schützen mussten. Also eine frische, eine ganz frische Frucht hat nicht so viel Salvestrole, aber die schützt sich gegen diese Veränderungen, und so weiter, genau das stimmt, ja. Aber die werden ja heute nicht mehr verkauft, die werden ja sortiert, oder? Aber wenn wir das wüssten, dass da genau in diesem braunen Scharf auf dem Apfel die meisten potenziellen Zellschutzmechanismen drin wären. Ja, das ist der Prinzip, eigentlich die Salvestrole ist das Immunsystem der Pflanzen und der Tiere, oder? Das ist genau so, oder? Und eben sollte man eben solche Früchte, sollte man eben essen und kaufen, und nicht diese mit Pestizid und so weiter und so weiter. Also wäre es dann auch, wenn ich beim Brokulierer so, auch diese braunen, also nicht alte Stellen, sondern… Es ist einfach optisch natürlich ein Riesenproblem, wenn sie einen großen braunen Fleck haben, dann sagen die Leute, wäh, und so weiter, und so. Man kann es errauschen, aber ein bisschen kann man, wenn es ganz klein sind, kann man das natürlich essen, überhaupt kein Problem, oder? Aber wenn ich persönlich schneide es auch raus, wenn es ganz grosse braunen Flecken sind, oder? Es ist auch ein bisschen zu erzogen worden, dass solches sollte nicht gehen, oder es einfach etwas gesünder wäre als der Rest. Entschuldigen Sie bitte diese ganz kurze Unterbrechung, aber wir möchten Sie herzlich darum bitten, diesen Kanal auch zu abonnieren, indem Sie hier bitte klicken. Herzlichen Dank, Krumm, viel Spass weiterhin. Also ich werde den Apfel dieses Ding nicht mehr wegschneiden, diese Fläche, nachdem ich das gelesen habe, oder gesehen habe. Das ist richtig, ja. Ja, super. Muss ich jetzt, also mich interessieren noch die Krebsstudien, gibt es da, unter welchen Voraussetzungen hat man das gemacht? Also hat man da Kapseln gegeben, Infusionen, oder hat man parallel noch da… Ja, man hat eben diese gegeben in höheren Dosierungen und hat dann geforscht daran, hat es an Krebspatienten auch gegeben, anfing, und hat gesehen, dass teilweise Krebsformen stabilisiert haben, teilweise auch zurückgegangen sind, oder? Aber das bedingt natürlich, also es kann nicht einer der Fast-Food-Ist-Kunsten, die Industrienahrung ist und Krebs hat, er meint, er könnte eine Salvestroli nehmen, das geht natürlich, es dient eine rigorose Nahrungsumstellung natürlich. Also ich möchte niemandem Hoffnungen machen, die Salvestroli, die Krebs hatten, und an sich schon nichts ändert im Lebenszyklus, eine Salvestroli zu nehmen, das möchte ich nicht unbedingt. Ja gut, du bist natürlich aber selber auch ein Vorbild, muss man ja wirklich sagen, wie fit du bist und… Also darf man sagen, wie alt du bist, ich finde das schon… Also ich bin jetzt bis 74 Jahre alt, oder? Ja, das finde ich wirklich faszinierend, super. Ich habe keinen eigenen Hausarzt, oder, ich bin kerngesunder und habe schon, meine Mutter hat mir gesagt, Bub, alles, was vom Boden rauskommt, ist gesund, isst nie was aus der Büchse, du brauchst das Leben keinen Büchsenöffner. Und das ist mir geblieben, sie hat wirklich ganz viele Ausnahmen, es gibt wahrscheinlich so geschälte Tomaten, und da braucht man schon mal für Spaghetti einen Büchsenöffner, aber sonst wirklich einfach vom Boden in den Mund, oder? Und vor allem eben naturnah, nicht vor allem die Bioprodukte, oder? Es ist ja immer, ich muss schon sagen, es ist immer eine finanzielle Angelegenheit, die Bioprodukte sind teurer, aber da muss man sich fragen, was ist einem die Gesundheit wert schlussendlich, oder? Und ich bin nicht strikt, schaue auf die Deklaration und so weiter und so weiter. Das kann doch nicht sein, dass man schon im Januar Sparren kaufen kann, dass man im Januar schon Erdbeeren kaufen kann, die nicht nach Erdbeeren schmecken und so weiter. Jetzt ist Hochsaison für Tomaten, es ist Hochsaison für die Steinfrüchte, alle aus der Schweiz, der Biolandbau und so weiter, und ich kann das wirklich empfehlen. Und dann brauchen wir keine Salfallpistole mehr, als Angesergänzungsmittel. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich sehe, was bei uns passiert, also ich habe jetzt das Beispiel vor ein paar Jahren gehabt in Deutschland, die ganzen Bauern mit ihren Äpfelbäumen, mit den alten Sorten, haben niemand mehr gefunden zum Ernten, haben noch ausgeschrieben, es dürfen alle kommen, es einsammeln und wir haben dann aus Neuseeland dann im Supermarkt die Äpfel und so was müsste eigentlich verboten werden. Also das, was wir wirklich bei uns haben, umsonst sozusagen, das kann doch nicht sein, dass wir dann irgendwelche Kunstäpfel mit Wachs beschichtet dann in den Supermärkten verkaufen. Und das heißt ja dann letztendlich auch, wenn ich auf den Markt gehe, und das ist ja bei uns auch im Ort, ich sehe es ja, und die haben jetzt gerade die Ernte vom Kohl, dann ist der so billig wie nirgendwo, aber ich muss halt natürlich mit der Saison gehen. Und dann habe ich auch Bio- oder regionales Gemüse total günstig, viel günstiger wie im Supermarkt. Das ist gut, ja. Das ist richtig, ja. Das ist Blut in der Schweiz, genau, genau, auch so. Und das ist eben das große Problem, oder? Es wird einfach zu wenig für Prävention gemacht, auch die Krankenkassen, ich kreide denen das an, warum wird nicht mehr für Prävention gemacht? Die Leute, aber sie ernährt euch endlich einmal ausgewogen und gesund, oder? Aber gut, wir haben natürlich in den Schulen, ich sehe es natürlich auch, man müsste eigentlich den Kindern wieder Kochen beibringen. Die kommen alle aus der Schule, können nicht kochen. Und wenn ich dann sehe, was meine Kinder dann in den Kochunterricht, das haben die Rezepte von vor 20 Jahren, das habe ich selber auch gekocht in der Schule. Und dann noch wie kochen, oder? Also nicht überhitzen zum Beispiel. Wir haben auch die Steamer, oder? Die grösste Misserfolg ist ja die Mikrowelle, oder? Ja. Das war eine Schande, dass man das überhaupt eingeführt hat. Und es ist ja immer noch. Es ist immer noch, wie gut die modernen Wohnungen, da wird es nicht mehr eingebaut, also es ist immer und gar ein Wok, da sind diese Instrumente, diese Koch-Utessillen, die eigentlich gebraucht werden sollten. Und eben qualitätbewusst und vor allem saisonbedingt, oder? Und so weiter, und so weiter, oder? Ich meine, jetzt ist es hochsaison, also wenn man auf den Markt geht momentan, was da angeboten wird aus dem eigenen Land. An Bio-Sachen ist gewaltig, oder? Da braucht man keine Salvestone mehr, da hat es genügend drin wirklich, oder? Und die Pflanzen, die sagen sich ja so, wenn schon Fungizide und Pestizide eingesetzt werden, warum soll ich dann noch selber Salvestrole bilden? Und also das Teil bis 90 Prozent der Gehalt an Salvestrole in den Pflanzen, in den industriell gezüchten Pflanzen reduziert ist, oder? Das ist das große Problem, ja. Ja, also regional, saisonal die Bauern wieder unterstützen. Genau, genau. Und das merkt man ja auch, wenn man da diese Bio-Kisten oder vom Bauern die Kisten, muss ja nicht mal im Bio-Siegel sein. Ganz spannend finde ich ja, dass sich kleine landwirtschaftliche Betriebe dieses teure Siegel gar nicht leisten können, aber total naturbelassen anbauen. Und das sieht man dann, dass das Gemüse nicht so gerade und perfekt aussieht. Ja. Und das ist ja fast noch, ist ja sowieso günstiger, und man unterstützt noch die Rekrion, ja. Ich habe jetzt auch gesehen, ich war jetzt in Griechenland in den Ferien, und das hat man schon gemerkt, wie die Nahrung dort eben anders ist, wirklich anders, oder? Und einfach wirklich gesünder. Und was ich so gesehen habe, die einheimischen Leute, die sehen meiner Meinung einfach gesünder aus als unsere, trotz Hitze und anderen Problemen. Also, sie fühlen sich gesünder und sind auch gesünder aus. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ja. Und schade, dass es in der Schweiz nicht, dass man das nicht rüberbringen kann. Das ist so schade, ja. Ja, ja. Also da hängen viele Faktoren sicherlich mit zusammen. Was gibt es denn zu beachten in der Einnahme als Prävention oder auch, wenn ich sage, ich unterstütze mich? Eigentlich nicht. Es ist ein reines Nahrungs- und Gettungsmittel, ist auch als solches zugelassen im EU-Raum. Und ich würde einfach sagen, je schlechter die Ernährungslage ist, desto höher muss das dosiert werden, oder? Es gibt ein sogenanntes Punktesystem, oder? Also man geht von 100, das ist das Normale bei einer Pflanze, 100 Punkte und bei Leuten mit Krebsverdacht oder anderen Gesundheitsproblemen kann man bis 2000 Punkte gehen, eine höhere Dosierung und so weiter und sind auch oben offen, weil es reine pflanzliche Produkte sind, Naturprodukte ist eine Überdosierung sozusagen ausgeschlossen und auch keine Nebenwirkungen sind bekannt. Also es ist natürlich immer eine Preisfrage. Ich meine, je mehr man nimmt, desto teurer kommt das. Und die Grundsätze sind die Nahrungsergänzungsmittel, so gut sie auch sind, die haben dann schon ihren Preis, oder? Und die Leute fragen natürlich immer, zahlt mir das die Krankenkasse in der Schweiz, oder? Und je nach Versicherung oder Zusatzversicherung in der Schweiz wird das eventuell bezahlt oder nicht, oder? Und wenn sie zwei Produkte haben, ein Chemieprodukt oder ein Naturprodukt, und das Chemieprodukt wird von der Krankenkasse bezahlt, da überlegen sie die Leute nicht, nehmen sie das Medikament, das von der Krankenkasse bezahlt wird, oder? Die überlegen sich leider, leider eben gar nichts und das ist wirklich sehr, sehr schade, oder? Was ist mir meine Gesundheit wert? Mir ist sie sehr, vielleicht ein bisschen älter bin schon, ist sie sehr, sehr wert. Und ich gebe ein paar Rappeln mehr aus dafür, damit ich gesund bleibe, oder? Ja, man muss ja auch sehen, ich meine, jetzt haben wir im Vorgespräch gesagt, du hast ja auch gesagt, du hattest ja gesundheitliche Themen und hast sie selber in den Griff gekriegt, also Regeneration bei Krankheitsbildern, wo man sagt, das hast jetzt halt, das ist unheilbar. Ja, bei unserer Nahrung geht es eigentlich um die sogenannten Mikronährstoffe, oder? Und die sind einfach in der heutigen Gesellschaft, wir haben zu wenig Mikronährstoffe, oder mit unserer Industrie und Kunstnahrung, oder? Und da geht es einfach darum, diese wieder zu ersetzen. Also Salvestroli ist nur ein Punkt mehr gegen Prävention von Krebskranken. Wir haben ja die berühmte HPU, auf das wir schon immer gesprochen haben, und das ganze Immunsystem natürlich, es geht ja primär um das, wir müssen das Immunsystem stärken, und da nüsst eben ein Faktor überhaupt nicht, sondern da nüsst eben Mikronährstoffe in Form von Mineralstoffen, von Vitaminen, von Spurenelementen, und so weiter. Und einfach ein Cocktail davon, oder? Sollte man täglich einnehmen, was der Körper nicht braucht, scheidet er aus, oder? Okay. Und ein bisschen kann er eine Reserve schaffen in der Leber, oder? Man kann schon mal einmal ein, zwei Tage hintereinander mal ein bisschen Junkfood essen, und so weiter, aber nachher wieder eine gewisse Zeit, einfach gesund sich ernähren, oder? Und das wirkt sich einfach mittelfristig, nicht kurzfristig, mittelfristig wirkt sich das einfach aus. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jetzt gibt es ja auch so künstliche Produkte, A bis Z, und wo dann dem Endverbraucher suggeriert wird, da ist jetzt einfach alles drin. Ja, also... Aber was ist da der Unterschied jetzt zu so einem Produkt? Der Unterschied ist immer, woher kommen diese Stoffe? Kommen sie aus einem Chemielabor, oder kommen sie aus dem Boden, oder? Das ist ein grosser Unterschied. Denn unser Körper ist in der Lage, künstlich hergestellte Stoffe von natürlichen zu unterscheiden. Ein bekanntes Beispiel ist das Vitamin C, die Ascrobinsäure. Die natürliche wird zu 100 Prozent, ist die bierfügbar im Körper. Und das künstlich hergestellte Ascrobinsäure ist nur zu 80 Prozent bierfügbar und so weiter. Der Körper kann das unterscheiden. Und nach Möglichkeit einfach Natur belassen und so weiter. Und da besteht die kleinste Gefahr, dass es zu Nebenwirkungen kommt oder zu Reaktionen oder Allergien und so weiter und so weiter. Aber sie haben eben ihren Preis. Mit Mikronährstoffen aus dem Boden sind die im Allgemeinen ein bisschen teurer als Mikronährstoffe aus dem Labor. Ja gut, wenn sie dann aufgenommen werden, wenn man dann wieder umrechnet, wenn dann künstliche einfach eine ganz geringe Resorption haben, dann zahlt es ja letztendlich fast mehr für das künstliche. Und was man auch erwischt, ist natürlich die ganze Verdauung und die Darmflur, die natürlich auch schwer leidet unter diesen Wuchtern. Viele Leute müssen auch Mikrobiotika schlucken, um eine Darmsanierung zu machen. Das wusste man vor 100 Jahren noch nicht und so weiter und so weiter. Das wird dadurch auch ignoriert von den Leuten, oder? Die nehmen das einfach. Die hinterfragen im Allgemeinen nichts. Der Arzt hat gesagt, ich muss das und das nehmen, dann nehmen Sie es. Der Arzt hat es gesagt. Sie machen sich viel zu wenig Gedanken über das. Das finde ich ein bisschen schade. Und das belastet natürlich unsere Krankenkassen enorm. Ja, da muss man sich auch ein bisschen, wenn die Krankenkassen wirklich Vorteile hätten von Gesunden, wenn das wirklich stimmen würde, dann würden sie ja auch so agieren. Aber leider haben wir ja ein System geschaffen, in dem auch eine Krankenkasse einen Benefit hat, je kränker die Patienten sind. Und das ist ja so ein wirtschaftliches Konglomerat, wo ein bisschen betäuschend. Ja, ja. Und wir haben auch in Deutschland eine unglaublich starke Chemielobby natürlich. In Deutschland ist es die Autolobby, in anderen ist es die Erdellobby. Klar, das sind gewinnorientierte Firmen, die wollen Medikamente verkaufen. Und das darf ich jetzt auch sagen. Also die Farmen, die hat einfach der Horrorvorstand für eine Pharmafirma ist gesunde Leute. Dann können sie nichts mehr verkaufen. Alles zwischen gesund und tot. Ja, ganz genau. Ja, man merkt es ja an den Studien. 0,001 Prozent der Studien werden mit Naturstoffen gemacht. Also von daher ist ja klar, dass da nichts in die Leitlinien kommt. Kein Geld, es ist eben kein Geld vorhanden. Das ist jetzt ein Problem. Für Produkte aus dem Labor, da sind Millionen vorhanden. Aber die Farme hat kein Interesse, Studien zu finanzieren mit Naturprodukten. Das ist leider leider so. Da habe ich auch ein bisschen Verständnis. In einem demokratischen Staat, in einer freien Marktwirtschaft usw. Da habe ich ein bisschen Verständnis. Ja, dieses Salvestrol, inwieweit hat das eine Verbindung zu Reservatrol? Oder was gibt es da noch für Trole? Was bedeutet das überhaupt? Ja, also Salvari, das heisst Wohlbefinden. Und das Wort Trole kommt von Reservatrol. Das ist eben eines davon. Es sind da sehr viele Stoffe dabei und das ist einfach der Oberbegriff. Da gehören auch so Stilbene dazu, da gehören die Flavinoide dazu und eine ganze Palette von Stoffen dazu. Und erst einfach in der Summe sind sie stark. Darum hat das Reservatrol alleine nie die Wirkung wie der ganze Komplex. Das gilt für sehr viele Nahrungsergänzungsmittel. Der Körper will nicht einfach einzeln punktierte Garmel, sondern er will einen Cocktail. Sie müssen sich mal vorstellen, in einer einzelnen Zelle des Körpers. Wir haben 100 Billionen. Da laufen pro Sekunde Tausende von Reaktionen pro Sekunde. Und für jede Reaktion braucht es einen Mikronährstoff. Oder für die meisten. In Form von Mineralstoff, in Form von Aminosöl und so weiter und so weiter. Und der Körper braucht das. Und da muss er eine Zelle schwimmen in einem Bouillon. Er kann sich das vorstellen, eine Zelle schwimmt in einem Bouillon. In diesem Bouillon sind alle Zutaten drin, die die Zelle je braucht. Er kann jetzt abrufen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und wenn nur eines fehlt davon, meistens der Energiestoffwechsel ist, ist er dann handicapiert. Dort sind die meisten Mikronährstoffe, ich brauche das im Energiestoffwechsel. Darum sind viele Leute heute schlapp, sind müde, konzentrationsunfähig und so weiter und so weiter. Und müssen diese Bouillon immer wieder nachschütten, nachschütten mit Mikronährstoffen und so weiter. Das kann man teilweise mit der Ernährung machen. Aber auch unsere Bioprodukte, das darf ich auch noch sagen, sind eben nicht mehr Bioprodukte wie von 100 Jahren, sondern die werden gezüchtet auf Böden, die vorher konventionell bearbeitet worden sind. Und ja, aber dass er nicht mehr diesen Gehalt an Salvestroli, die Bioprodukte wie gesagt, würde meinen, weil es eben ausgelaufen sind, die Böden und so weiter, kann man eben mit den Nahrungsergänzungsmitteln ein bisschen nachhelfen. Wenn der Zuschauer sich jetzt da ein bisschen reinlesen möchte, es gibt ja unglaublich viele Anbieter, aber dass man sagt, okay, wo finde ich wirklich Qualität oder kann mich so ein bisschen mal informieren? Ja, also wenn Sie ins Internet gehen, finden Sie einige Produkte. Mich interessiert immer mal, was ist drin und woher stammt das? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wer der Hersteller ist und so weiter. Das mache ich grundsätzlich immer, oder? Und es gibt auch synthetische Produkte und so weiter und so weiter. Und die Firma Quintessenz und die Firma Crisana, die die Quintessenz-Produkte in der Schweiz vertreibt, da kann ich die Hand ins Feuer legen, dass diese Produkte wirklich eine gesunde Basis haben und so weiter. Von Algen oder von anderen Pflanzen im biologischen Umfeld aufgezüchtet worden herkommen. Was nimmst du denn eigentlich, damit du so fit bist? So als kleiner Tipp noch für die Zuschauer, so einen Insider? Liebe Zuschauer, also mein Geheimnis ist einfach mich gesund ernähren. Ich koche selber, gehe selten in ein Restaurant essen. Und wenn ich ein Restaurant esse, dann will ich wissen, wo das Material herkommt. Ich weiß auch nicht, ob sie immer eher ehrlich sind, oder? Und da fallen mal viele, viele Restaurants, fallen da durch die Masche. Und das geht ein, zwei Mal im Monat und sonst wird selber gekocht, oder? Ich bin Hobbykoch im Prinzip, ja. Ich koche sehr, sehr gerne. Aber immer mit marktüblichen Zutaten und so weiter. Momentan auch, wer ein Schalaffenland ist persönlich. Man kann ja alles kochen heute und so weiter und so weiter. Und dann, weil mir bewusst ist, dass gewisse Mikronährstoffe fehlen, zum Beispiel Zink oder Magnesium und Bohr und so weiter, nehme ich zusätzlich noch Nahrungsergänzungsmittel, nehme ich noch ein, oder? Und das ist einer der Gründe wahrscheinlich, weil ich das jetzt schon jahrelang machen darf, dass ich das sage, ich bin kerngesund. Schön. Das finde ich immer super, wenn wir Gäste haben, wo man auch sieht, dass das authentisch gelebt wird, was erzählt wird. Ich muss noch eine Klammer machen, ich bin auch von genetisch ein bisschen bevorteilt. Also meine Eltern sind beide Mitte 90 geworden. Mein Vater zum Beispiel, der ist von der Krippe in den Sarg, oder? Der hatte auch keinen Hausarzt, oder? Der ist einfach kerngesund gewesen. Seine Frau oder meine Mutter hat ihn eben ganz gesund ernährt. Ja, schön. Deswegen leben verheiratete Männer länger, gell? Genau, genau, genau. Super. Also vielen Dank, Matthias, dass du da warst, und ja, bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ja, wunderbar, was die Natur alles zu liefern hat. Vor allen Dingen, wenn wir auch wieder erkennen, dass so kleine braunen Flecken manchmal doch die Wunderwaffe in unserer Zelle sein kann. Und wenn diese nicht mehr da sind, wo wir es dann auch wiederum herbekommen können. Ich hoffe, Sie hatten einige Informationen für sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, hier oben den Kanal auch zu abonnieren, denn hier können Sie alle Sendungen auch werbefrei anschauen, aber auch unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, das dient uns nämlich auch sehr. Hier eine Auswahl für Sie zusammengespielt an Sendungen, die Sie sicher auch interessieren könnten. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen.